Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Hör zu, heute ist sozusagen der wichtigste Tag meines Lebens. Und die Sache ist die, ich fände es ganz toll, wenn du ihn nicht wahrhaftest. Nur für 24 Stunden. Und danach könnt ihr euch nach Herzenslust wieder so richtig jagen, okay? Und ich habe heute Geburtstag. Nur dass du es weißt. Und ich habe heute Nacht. Vielen Dank.